Den Beginn macht der Raketenofen ein deutsches Qualitätsprodukt. Der Raketenofen ist ein Holzofen für die Terrasse, also für Bereiche im Freien. Und die Hauptleistungsmerkmale des Ofens sind ein rauchfreier und geruchloser Betrieb und als Brennstoff wird Holz bzw. Holzpellets verwendet. Mit Holzpellets müssen Sie etwa alle halben Stunde nachlegen. Da haben wir aber auch ein Zusatzmodul, mit dem können Sie Vorrat für etwa 1,5 bis 2 Stunden zusätzlich vorhalten. Wir brauchen etwa bis zu einer Minute, bis der Ofen rauchfrei brennt. Wenn Sie wissen wie und wir wissen wie, schaffen Sie das in etwa 10 Sekunden. Da haben Sie eine Rauchwolke und danach ist der weitere Betrieb wirklich rauchfrei. Sie können den Ofen erweitern mit verschiedenen Modulen. Im Moment bieten wir ein Back- und Grillmodul an, mit dem können Sie zum Beispiel Ihre Speisen zubereiten, direkt auf der Terrasse. Da können Sie die Wärme und eben den Komfort mit dem Kochen nützen, also diese Dinge.